Hallo Leute, hier ist Rios Spielzeugwelt. Ich zeige euch mein Rapunzel-Schloss. Ich fange mal mit den Kamelian an. Das ist so klein, hier ein Loch, Kopf und Tür drunter. Aber hier im Loch kann man nichts tun. Aber hier ist schon ein Naal, würde ich sagen. So, das ist ein Kamm vom Rapunzel. Ist aber ein bisschen dick. Ganz schön. So, und dann habe ich noch hier einen Pilz, einen Giftspilz. Was ist denn gefallen? So, das ist Rapunzel, mit zwei Schleifen. Und das ist der Junge, Flynn Rydell heißt der. Und das habe ich noch da hingezahnt, schon weil da ein Loch drinnen ist. Weil das sieht nicht so schön aus. So sieht es ein bisschen viel schöner aus. Und ja. Jetzt zeige ich euch mal da innen. Eine Küche gibt es da. Da geht es sogar auf. Und jetzt zeige ich euch mal. Das ist das Sitz von Rapunzel. Da sind seine Haarspannen. Könnt ihr schon mal sehen. Da ist die Flasche. Und die Bundmann, das Feuer. Jetzt zeige ich euch was an der Schatzkiste. Da sind 500 Rapunzel. Da sind Farben drin. Zeig nochmal. Haben wir nicht gesehen. Okay. Ah. Eigentlich ist da noch eine grün. Aber ich weiß nicht mehr wo es ist. So. Weiter. Und dann. Zeig mal dir doch Munzelfigur. Ihr seht ihn doch da von dort. Oder? Da. Okay. Aber da ist auch noch da drunter ein Kleid. Und da sind die zwei Haarspannen. Könnt ihr besser sehen. Da ist seine Krone. Hat sich bestimmt schon euch gezeigt. Mit Punkten am meisten. Zeig mal ihr Gesicht in die Kamera. Warte, warte. So. Seine Haare war eigentlich ganz lang. Bei den Höhen. Upsi. Und so. Wir tun jetzt einfach mal den hier hin. So. Und jetzt. Es gibt es noch ein Pferd. Es heißt Maximus. Aber das ist nicht so. Und noch die Hexe fehlt. Also weiter. Schade, oder? Ja, schade. Das Pferd ist ja lustig im Film. Ja. Dann gibt es noch so einen Spiegel. Hat die Spiegel im Auge. So. Und hier gehört das Spiegel hin. Und das goldene. Und das sind Brickleberdinge. Aber das sind echt gemalt. Im Film ist das viel größer, das Schloss. Und da sind noch ein paar Eiscreme. Nein. Ich mache jetzt Eiscreme. Aber das hast du nicht zum Essen. Eiscreme auf dem Schloss? Nein, ich glaube nicht. Wirklich? Ja, schaut so aus. Aber das ist irgendwas anderes. Das ist Eiscreme. War das schwer zum Zusammenbauen? Sehr schwer sogar. Sehr schwer. Wie lange hast du gebraucht? Weiß ich nicht mehr. Zwei oder drei Stunden oder eine Stunde. So lange? Glaube ich. Eigentlich gehört die Blume nicht dazu. Aber ich wollte es so machen, dass die Blumen mal ein bisschen bunt sind. Grün, Gelb, Pink. Ah, und das Lila nicht hier, ist der Teppich. So. Das war's auch. Tschüss. Danke.